Politiker versprechen im Wahlkampf eine ganze Menge Dinge. Aber wenn sie dann erst mal gewählt sind, dann machen sie einfach, was sie wollen. So hört und liest man das zumindest immer wieder. Aber stimmt das überhaupt? Das hier ist der Landtag von Rheinland-Pfalz. Wer hier sitzt, der hat eins geschafft. Er oder sie wurde gewählt. Allerdings in aller Regel nicht auf eigene Faust, sondern für eine Partei. Und für diese Partei macht derjenige dann hier im Landtag Politik. Dabei hält er sich bei den allermeisten Themen an die Linie bzw. an das Programm der jeweiligen Partei bzw. der Fraktion. Kann also nicht einfach irgendwas machen, was er gerade möchte. Das heißt also, so ganz eigenständig ist man als Landtagsabgeordneter oder als Landtagsabgeordneter dann doch nicht. Aber dann können zumindest die Parteien machen, was sie wollen, oder? Naja, theoretisch schon. Hier in diesen Räumen legen die Abgeordneten in ihren Fraktionen fest, wie die Politik konkret aussehen soll. Im besten Fall orientieren sie sich dabei an Wahlversprechen, aber eine Pflicht dazu, die gibt es nicht. Allerdings ist ganz entscheidend, nur selten hat eine Partei so viel Macht, dass sie Gesetze allein durch den Landtag bringen kann. Zuletzt war das in Rheinland-Pfalz zwischen 2006 und 2011 unter der SPD der Fall. Die Regel ist, es gibt ein Gesetzgebungsverfahren, bei dem sich eine Partei die Unterstützung anderer Parteien suchen muss, um Gesetze durchzubringen. Los geht es dabei mit der Gesetzesinitiative, also dem Vorlegen eines Gesetzesvorschlags. Der kann entweder von der Landesregierung kommen, von einer oder mehreren Fraktionen, von mindestens acht Abgeordneten oder durch ein Volksbegehren. Und über diesen Gesetzesvorschlag wird dann im Landtag debattiert, in sogenannter erster Lesung. Anschließend geht dieser Gesetzesvorschlag in einen oder mehrere Ausschüsse, also zu Fachpolitikern verschiedener Parteien. In den Ausschüssen wird noch einmal debattiert, es wird an dem Gesetzesvorschlag geschraubt und dann geht er wieder zurück an den Landtag. Und da sind wir auch schon bei der zweiten Lesung. Da wird noch einmal diskutiert und am Ende gibt es eine Abstimmung. Oder aber es folgt noch einmal eine Lesung, es wird noch einmal diskutiert und erst dann wird abgestimmt. Wie so eine Abstimmung aussehen kann, das kann man hier ganz gut erkennen. Jeder Landtagsabgeordnete gibt seine Stimme für oder gegen das jeweilige Gesetz ab oder aber er enthält sich. Und gibt es eine Mehrheit für das Gesetz, dann gilt es als beschlossen. Gibt es keine Mehrheit, dann gilt es als gescheitert. So eine Abstimmung kann es in Ausnahmefällen auch per Volksentscheid geben. Tja und wenn jetzt noch die Ministerpräsidentin oder der Ministerpräsident das Gesetz unterschreibt und es im Gesetz und Verordnungsblatt verkündet wird, dann ist das Gesetz offiziell in Kraft. Das heißt, einfach machen, was man möchte, kann man als Politiker nicht. Man ist an die Linie, an das Programm der Partei oder Fraktion gebunden. Es gibt ein aufwändiges Gesetzgebungsverfahren und am Ende muss auch noch abgestimmt werden. Das heißt, einfach machen, was man möchte, kann man als Politiker nicht um das Programmieren. Und das sind die Linie, an der Anwaltungen, die eine Anwaltungen zu verändern. Das heißt, einfach machen, was man muss, dass man nicht mehr weiß, was man muss, dass man nicht mehr weiß, was man muss, dass man nicht mehr weiß.